Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video stelle ich dir die Säure-Base-Theorie nach Brönstedt vor. Nach einer kurzen allgemeinen Einführung geht es dann ganz konkret um die Reaktion von Ethansäure, also Essigsäure mit Wasser. Nach Brönstedt sollten die Begriffe Säure und Base nicht mehr auf das Verhalten dieser Stoffe in wässriger Lösung, sondern vielmehr auf die Reaktion dieser Teilchen bezogen werden. Demnach ist eine Säure ein Teilchen, das Protonen abgeben kann. Eine Säure ist ein Protonen-Donator. Donator leitet sich vom lateinischen Wort donare ab und heißt schenken. Das Wort donate kennst du aus dem Englischen, es bedeutet spenden. Das heißt also, eine Säure spendet, schenkt, Protonen bzw. gibt diese ab. Brönstedt definiert Basen als Teilchen, die Protonen aufnehmen können. Sie sind Protonen-Akzeptoren. Sie akzeptieren also sozusagen die Protonen. Aber Achtung, fachsprachlich muss ich hier ganz fein unterscheiden, eine Base ist also ein Protonen-Akzeptor und nicht ein Protonen-Akzeptator. Eine Säure-Base-Reaktion ist also eine Protonen-Übergangs-Reaktion, bei der Protonen der Säure an die Base übergeben werden. Es findet also ein Geben und Nehmen von Protonen statt. Säuren und Basen können aus Molekülen oder Ionen bestehen. Aber was ist überhaupt ein Proton, das übertragen werden kann? Vom ursprünglichen Wasserstoffatom, das in einer Säure gebunden ist, geht ausschließlich das eine Proton, das sich im Atomkern befindet, über. Es wird also ein Wasserstoff-Ion, das auch als Proton bezeichnet wird, übertragen. Das Elektron bleibt zurück. Im Folgenden möchte ich die Reaktion von Essigsäure mit Wasser betrachten. Bei der Reaktion von Essigsäure mit Wasser übernimmt das Essigsäure-Molekül die Rolle der Säure. Das Wassermolekül übernimmt die Funktion der Base. Es entstehen ein Oxonium-Ion, hier mit H3O+, dargestellt, und das Säure-Rest-Ion, was speziell für die Essigsäure das Acetat-Ion ist. Es findet also ein Protonübergang vom Essigsäure-Molekül hin zum Wassermolekül statt. Um die Ionen bildet sich eine Hydrathülle, weshalb ich noch AQ ergänze. Um das genauer zu erklären, werfe ich einen Blick auf die vollständigen Strukturformeln. Die Essigsäure besteht aus einem organischen Rest und der Carboxy-Gruppe. Die Carboxy-Gruppe ist die funktionelle Gruppe der Alkansäuren bzw. Carbonsäuren. Sie ist eine Atomgruppe, die die Eigenschaften eines Stoffes wesentlich mitbestimmt. Sie reagiert als Protonendonator. Damit gibt die Essigsäure ein Wasserstoff-Ion, also ein Proton, an das Wassermolekül ab. Es bindet sich sofort an eines der beiden freien Elektronenpaare des Wassermoleküls. Durch die Protonenaufnahme bildet sich aus dem Wassermolekül ein Oxonium-Ion H3O+, das einfach positiv elektrisch geladen ist. Das Elektronenpaar und damit das ursprüngliche eine Außen-Elektron des Wasserstoffatoms bleibt zurück und klappt um. Es bildet sich das Acetat-Ion, das einfach negativ elektrisch geladen ist. Im Prinzip finden zwei Teilreaktionen statt. Das Essigsäure-Molekül gibt zunächst ein Proton ab, wobei ein Acetat-Ion entsteht. Das abgegebene Proton wird sofort vom Wassermolekül aufgenommen, wobei sich ein Oxonium-Ion bildet. Die Reaktion ist reversibel, es stellt sich ein Gleichgewicht ein. Bei der Rückreaktion gibt das Oxonium-Ion ein Proton an das Acetat-Ion ab. Als Säure wirkt hier das Oxonium-Ion, währenddessen das Acetat-Ion als Base fungiert. Wenn eine Säure ein Proton abgibt, entsteht ein Teilchen, das ein Proton aufnehmen könnte. Es entsteht daraus eine Base, hier gekennzeichnet mit Säure 1 und Base 1 bzw. Säure 2 und Base 2. Am Reaktionsgeschehen sind im Prinzip zwei Säuren, nämlich Essigsäure und Oxonium-Ion und zwei Basen, hier Wasser und Acetat-Ion beteiligt. Bei der Hinreaktion gibt die Essigsäure ein Proton ab. Es entsteht dadurch das Acetat-Ion, das ein Proton aufnehmen könnte. Solch ein Paar von Teilchen, das durch Abgabe und Aufnahme eines Protons zusammengehört, nennt man konjugiertes bzw. korrespondierendes Säure-Base-Paar. Das Wort konjugieren kennst du aus dem Deutschunterricht. Dabei verändert man die Form eines Wortes. Man passt sie also an. Das kann man hier jetzt auf Chemie übertragen. Ein konjugiertes Säure-Base-Paar unterscheidet sich nur um ein Proton. An einer Säure-Base-Reaktion sind immer zwei solcher Paare beteiligt. Bei der Reaktion von Essigsäure mit Wasser sind CH3COOH und CH3COO- bzw. H3O- und H2O die Säure-Base-Paare. Somit stehen im System Essigsäure und Wasser zwei konjugierte Säure-Base-Paare miteinander im Gleichgewicht. Zusammenfassend halte ich fest, dass nach Brönstedt eine Säure ein Teilchen ist, das ein Proton abgibt. In diesem Beispiel, wenn ich die HIN-Reaktion betrachte, ist die Essigsäure der Proton-Donator. Nach Brönstedt ist eine Base ein Teilchen, das ein Proton aufnimmt. Bei der Betrachtung der HIN-Reaktion ist der Protonen-Akzeptor das Wasser. Von einer Säure-Base-Reaktion spricht man, wenn zwischen einer Brönstedtsäure und einer Brönstedt-Base ein Protonenübergang von der Säure zur Base stattfindet. Bei der Protonenabgabe wird aus der Säure ihre konjugierte Base, bei der Protonaufnahme wird aus der Base ihre konjugierte Säure. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, Chemie echt fetzig!